Wir sind der Vogue. Wir sind der Vogue. Wir sind der Vogue. Wir sind der Vogue. Hallo Leute, wir sind hier mitten in Paris am Fuße des Eiffelturms und wir werden hier ein Festival spielen. Ein ganz großartiges Festival, bei dem wir für Teuergeld gebucht sind. Und wir haben hier den Veranstalter selber, Monsieur Cébon, einen in Paris sehr angesagter Musiker. Und wir haben einige Fragen an ihn. Ja, wir haben einen echten Pariser eingeladen heute Abend. Monsieur Cébon, das Festival ist das berühmteste Festival Frankreichs für Folkmusik? Oui. Und Sie feiern ihr 25. Jubiläum in diesem Jahr mit dem Festival. Oui. Monsieur Cébon, wir sind hier mit großen Ehren empfangen worden als Headliner auf diesem Festival. Werden außer uns auch noch andere, werden Sie selber auf die Bühne gehen? Oui. Ich meine, Dübelzpack haben Sie natürlich gebucht, weil wir die schönsten Musiker sind. Weil wir die besten Musiker sind und weil wir einfach einen unfassbar großartigen Ruf genießen. Stimmt das so? Oui. Und wir haben mit Monsieur Cébon einen Dübelzpack-Song einstudiert. Wir haben ihn extra auf Französisch übertragen sozusagen. Und wir werden jetzt mal schauen, ob wir das spontan impfondisiert bekommen. Äh, Monsieur Eger beginnt. Wir spielen für euch auf und alle sind gut drauf. Wie schön, dass ihr so früh schon mit uns singt. Das war ganz großartig. Wir sehen uns heute Abend auf der Plattform des Eiffelturms beim Festival avec les... Le Fouc avec le Eiffel-Türm. Fouc avec le Eiffel-Turm. A bientôt. Oui. Wir sind der Fouc. Wir sind der Fouc. Wir sind der Fouc. Wir sind der Fouc. Wir sind der Fouc.